Herzlich willkommen bei Urknall Weltall und das Leben. Wir machen heute mal wieder einen Kommentarcheck zu den Videos, die wir in letzter Zeit zur Kernfusion gedreht haben. Und es haben uns, was mich erst mal freut, es haben uns ganz viele Leute drunter geschrieben, dass es ihnen sehr gut gefallen hat. Und es gibt sehr interessante Fragen dazu. Und ein paar davon versuche ich heute noch ein bisschen näher zu beleuchten. Ich fange mal an. Es gibt eine Frage von The Kaiser. Ist der globale Atommüll hundertprozentig sicher gelagert? Und vielleicht verbinde ich das damit. Es gibt eine Frage von Bingo Bonko. Danke für das informative Video. Zufällig habe ich kürzlich auf WDR 5 einen Beitrag zur Kernfusion gehört. Unter anderem berichtet dort Frau Sylvia Kotting-Uhl, MTB, Bündnis 90, Grüne, Vorsitzender Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, dass der Abfall aus der Kernfusion für mindestens 1000 Jahre sichert verwahrt werden müsse. Und ich hatte in der Sendung gesagt 100 Jahre. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie passt das zusammen? Da haben wir es jetzt wieder mit dem Problem zu tun, aus welchen Quellen bezieht man seine Informationen? Meine Quelle ist eine Studie, eine europäische und auch Studien, die wir selbst durchgeführt haben, dazu, wie ein Kernfusionsreaktor aussehen wird und wie der Abfall beschaffen sein wird, der dabei entsteht und welche Abklingzeiten es dabei gibt. Ich weiß nicht, was die Frau Kotting-Uhl sich angeschaut hat. Ich könnte mir vorstellen, es geht darum, von dem gesamten Volumen bleiben am Schluss ein paar Prozent übrig, die sogenanntes Complex Recyclable Materials sind. Also das sind Dinge, die man wieder aufbereiten und wieder in den Reaktor einbauen würde. Das heißt, die bräuchten dann streng genommen keine Entlagerung, weil man die ja wieder verwendet dabei. Andererseits, wenn man sagen würde, ich benutze die nicht wieder, dann müsste man sie für länger als 100 Jahre weg sperren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frau Kotting-Uhl sich da drauf bezieht. Das ist jetzt schwierig, sozusagen, ohne die Quellen. Ich habe mir das Video angehört oder das Audio angehört, da sind die Quellen nicht genannt gewesen, Näheres dazu zu sagen. Was man sicher sagen kann, ist, der große Teil des Abfalls wird nur diese 100 Jahre Lagerung brauchen und der kleine Teil sollte, der länger brauchen könnte, sollte eigentlich wieder verwendet werden. Dabei, ich hoffe, das hilft ein bisschen, wird mich interessieren, wo die Quelle herkommt. Vielleicht treffe ich ja die Frau Kotting-Uhl mal. Es gab da noch in dem Video oder in dem Audio-File beim WDR noch eine andere Aussage von der Frau Kotting-Uhl, nämlich, dass zu wenig Geld gesteckt wird in die Förderung von alternativen Energien, regenerativen Energien und so viel Geld in die Kernfusion. Da passt auch ein bisschen dazu die Frage von Flying Ice, Geothermie, Wasserkraft, Solarspiegel, Windkraft, alles so tolle Möglichkeiten, besonders Geothermie. Wieso das nicht fördern? Die Antwort, das soll man fördern. Das habe ich schon öfters gesagt. Ich bin kein großer Freund davon zu sagen, dass wir wissen, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen wird und dass wir uns deshalb schon sozusagen auf etwas fokussieren sollten. Wir müssen alle Technologien, die irgendwie eine Chance haben, zur Energieversorgung der Zukunft beizutragen, fördern. Und das wird übrigens auch getan. Also das ist immer so eine Diskussion sozusagen, wenn ich jetzt die Fusionsforschung weniger fördern würde, kann ich dann das Geld nehmen, um andere Dinge, Speicher zum Beispiel wurden genannt, stärker zu fördern. Ich denke, es ist ganz gut verteilt in Deutschland. Ich denke, wir könnten es uns leisten, noch ein bisschen mehr Geld insgesamt da reinzustecken und alle Möglichkeiten zu untersuchen und zu öffnen und weiter zu fördern. Und wenn man guckt, was für ein anteilmäßig kleiner Teil in die Energieforschung reingeht, von dem, was eigentlich insgesamt an Inlandsprodukten verfügbar ist, dann ist es nicht die Frage, ob man das eine mit dem anderen sozusagen auffüllt und kleiner macht, sondern eigentlich die Frage, warum man nicht mehr insgesamt reinsteckt. Es gibt dann noch eine Frage von Mayday, Hartmut Zohm, was mich interessieren würde, was halten Sie vom DFR-Konzept des IKF Berlin? Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe das DFR-Konzept des IKF Berlin nicht gekannt. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, Wikipedia-Page sozusagen, so ein erster Eindruck. Ungesehen, es geht um einen Spaltungsreaktor und es geht um einen sogenannten Generation 4, also einen der nächsten Generationen. Und ich bin kein Spezialist auf dem Gebiet, aber eins würde ich an der Stelle gerne sagen wollen. Ich denke, dass man einen Spaltungsreaktor auch so bauen kann, dass er im Betrieb sicher ist, viel sicherer als die Spaltungsreaktoren, bei denen wir jetzt Probleme gesehen haben. Und ich denke, auch die Forschung daran sollte weitergehen und auch in Deutschland. Ich glaube nicht, dass sich eine Nation wie Deutschland leisten kann, völlig auszusteigen, nicht mal mehr in der Lage zu sein, zu beurteilen, was in anderen Ländern gemacht wird und wie die Entwicklungen, die in anderen Ländern laufen, gefährlich oder nicht gefährlich, sicher oder nicht sicher sind. Wir hatten große Expertise auf diesem Gebiet in Deutschland und wir sind dabei, die runterzufahren. Und das halte ich für relativ kurzsichtig. Letztlich beschäftigt sich die Frage, die ich jetzt noch beantworten will, auch so ein bisschen mit der Spaltung, aber auch mit der Fusion. Burkhardt fragt, alles in allem relativiert sich doch so eine Diskussion. Anfangs der Kernkraft dachte man doch auch, dass alles sicher ist. Was mich wirklich mal interessiert, ist das jeweilige Gedankenkonstrukt dahinter. Was hat man sich damals bei der Kernkraft überlegt, mit Rücksicht auf das damalige Wissen? Was überlegt man heute bei der Fusion, ebenfalls mit Rücksicht auf aktuelles Wissen? Und die Frage ist gerechtfertigt, natürlich. Es gibt zwei Arten, diese Frage zu beantworten. Und die eine ist wirklich, sozusagen gibt es grundsätzliche Unterschiede, kann man beweisen mit Naturgesetzen, dass das eine Konzept was kann, was das andere nicht kann. Da können wir, habe ich schon öfters gesagt, zeigen, dass ein Kernfusionsreaktor nicht durchgehen kann mit seinem gesamten Brennstoff, so wie es beim Spaltungsreaktor zumindest im Prinzip möglich ist. Es gibt keine Kernschmelze, die Nachwärme kann die Anlage nicht zerstören. Und das sind grundsätzliche Dinge, die man ausrechnen kann, wo man eigentlich nichts übersehen kann dabei. Das andere Level ist ein bisschen schwieriger abzuschätzen, nämlich, wenn ich annehme, dass was schief geht, was ist die Auswirkung davon und wie kann ich mich davor schützen, dass das verheerende Auswirkungen hat. Und das ist was, was ich denke, bei den Unfällen mit Spaltungskraftwerken, die wir gesehen haben, beide Male ausgehebelt wurde in gewisser Weise. Also in Tschernobyl, wo die Leute einen Reaktor, der für die Erzeugung von Leistung da war, zum Experimentieren in gewisser Weise benutzt haben. In Fukushima, wo man es sehr gut gesehen hat, Leiter, wo die eigentliche Idee, dass man zwei Sicherheitssysteme hat oder zwei Systeme, die völlig unabhängig voneinander funktionieren und geht eins kaputt, kann ich das andere verwenden, unterminiert worden ist. Da gibt es die Versorgung sozusagen mit Elektrizität, die ein Kernspaltungsreaktor braucht, um zu laufen und um die Kühlung zum Beispiel laufen zu lassen. Und das sagt man, wenn es eine Katastrophe gibt und es fällt mir der Strom vollständig aus, dann habe ich Notstromaggregate, Diesel zum Beispiel, die mir Elektrizität liefern und die dann einspringen. Und das gab es in Fukushima. Das setzt aber voraus, dass die Katastrophe, die dafür sorgt, dass meine Netzversorgung zusammenbricht, nicht gleichzeitig meine Notstromdiesel kaputt machen. Und das ist genau durch den Tsunami passiert. Also hätte man sozusagen die Analyse so durchgeführt, dass man gesagt hätte, dieses sind zwei Systeme, die völlig unabhängig sein müssen. Und dadurch, dass ich die Diesel auf einem Niveau lagere, wo sie vom Tsunami zerstört werden können, begebe ich mich in die Gefahr, dass meine unabhängigen Sicherheitssysteme von dem gleichen Event ausgelöscht werden. Dann hätte man Vorkehrungen treffen können und hätte sagen können, okay, ich tue das auf ein anderes Level, ich schütze das anders vor dem Tsunami. Und dann wäre die Katastrophe nicht so abgelaufen, wie sie abgelaufen ist. Also das sind, ich würde mal sagen, es sind Dinge, die bekannt gewesen sind, auch schon in den 50er Jahren. Und wo man versucht hat, sozusagen mit einer Risikoabschätzung dagegen vorzugehen. Und wo das Problem eher daran gewesen ist, dass man die Verkettung von diesen Risiken und von der Eintrittswahrscheinlichkeit letztlich nicht gesehen hat. Weil sozusagen jedes von den beiden Events hat eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Und dass sie simultan eintreten, ist das Produkt der Wahrscheinlichkeit noch viel kleiner. Aber das gilt nur, wenn sie voneinander unabhängig sind. Und in dem Moment, in dem ein Event kommt, was beides auf einmal zerstört, ist diese Rechnung eigentlich außer Kraft gesetzt. Und das ist in Fukushima nicht richtig beachtet worden. Ich habe noch einen abschließenden Kommentar, der ist eigentlich zu mehreren Kommentaren. Ich lese mal einen vor davon. Der heißt, mich würde ein Beitrag zur Fusion und deren genaue Funktionsweise auf einem Detailniveau, wie, hier steht von der von Aristoteles zur Stringtheorie bekannten Reihe, interessieren. Gerne auch von Herrn Zohm. Wir haben schon relativ viele Videos über Fusionsforschung gemacht. Es gibt relativ viel Information da drin, die man sich angucken kann. Es ist aber auch so, dass ich immer wieder Vorträge halte über das Gebiet und wen es interessiert. Und wer was darüber lernen will, am 1. April, kein April, Schatz, 2019, in Sonneberg. Da gibt es ein Astronomie-Museum und eine Sternwarte. Da werde ich einen Vortrag halten abends zu diesem Thema. Und wen es interessiert und der in der Nähe ist, kann ja vorbeikommen und sich ein bisschen weiterbilden.